Tja, an der Akademie ist natürlich alles in großem Aufruhr. Man bereitet sich auf den Konvent vor. Deswegen, ja, die nächsten Wochen werden anstrengend. Deswegen, auf das Turnier freue ich mich schon. Das wird eine gute Kurzweil, hoffe ich. Ja, es ist viel los. Ja, das Turnier wird sicherlich interessant. Gedenkt, ihr teilzunehmen? In der Tat, ja. Es ist einer der Gründe, warum ich in der Stadt bin. Man muss natürlich aufpassen. Der Feind ist wahrscheinlich auch unter uns. Wie sind die Grenzen gar so unsicher wie in diesen Zeiten? Wenn es Feinde gibt, dann sollen sie ruhig kommen. Wir werden sie aufhalten, wie sonst auch immer. Garret ist mit Sicherheit der sicherste Ort in ganz Aventurien. Solange Werheim steht, wird der Stadt nichts zustoßen. Wir sind hier so sicher, wie ein Kind im Schoß seiner Mutter. Ich widerspreche euch ja nur ungern, aber der sicherste Ort in gesamter Aventurien ist natürlich allangefalt, geschützt von seiner Heiligkeit, dem Patriarchen. Ich mag den Mann. Kätzerei. Ungeachtet, dass wir hier so unendlich sicher sind und dass wir Pläne einer möglichen fliegenden Stadt gefunden haben, wollten wir uns hier mal das Vogelsterben angucken? Gewiss, gewiss. Aber nicht mehr heute Abend. Nur, ich denke, wenn wir morgen einen Ausritt ins Land veranstalten, wird das doch ganz angenehm. Ah, ich glaube, ich höre Frau Prutz. Das Essen ist, glaube ich, fertig. Essen ist fertig. Habe mir, ruft eine Freunde. Nun, wollen wir uns zum Tisch begeben? Ja, nur zu gerne. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Was anderes ist, also Marschrationen wird mir auch gut tun. Ja, dann macht er hier die große Tür auf, von dem Raucherzimmer wahrscheinlich, zum großen Esszimmer. Und da wird wahrscheinlich ein langer Tisch mit ausreichend Stühlen und Gedecken. Und der Tisch biegt sich wahrscheinlich unter die Lasten von Frau Prutz Herrlichkeiten. Also ich meine jetzt die Essen-Sachen. Und ja, ich würde mich natürlich am Tischende, am Kopfende des Tisches hinsetzen und setze euch, setze euch, meine Freunde. Ah, bei mir hast du schon wieder geraucht. Ja, Frau Prutz. Das ist nicht gesund für dich. Ja, Frau Prutz. Nun. Ach was, die Gaben Raias muss man genießen. Der Mann gefällt mir. Ist die Gaben des Raias nicht der Wein und das Pferd? Was hat der Tabak damit zu tun? Ich hoffe, wir essen hier kein Pferd. Nein, 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 nein. Und natürlich hat der Tabak alles damit zu tun. Jedes, jede Affenrauschmittel ist Raias Gaben an uns. Erzähl doch mir. Ich habe hier noch irgendwo eine Kopie vom Vierhammer Index. Lasst mich kurz nachsehen. Nur so, damit ihr Bescheid wisst. Und natürlich ist mir klar, dass es hier oben in diesen Landen nicht gerne gesehen ist. Doch in unserer Heimat, nun, da gibt es solche beschränkenden Regeln überhaupt nicht. Und man kann ganz sich Raias Hingabe, Raias Umarmung hingeben, wie auch immer man mag. In geregelten Maßnahmen natürlich. Wenn man übertreibt, ist alles schädlich. Nun sitze ich doch endlich. Es wirkt so ungastlich, wenn ich als Einziger hier sitze. Ja, aber natürlich doch. Ich lasse mich dann neben Ihnen. Ich nehme Platz. Übeln Sie auch. Ja, Lan, wollt ihr das Tischgebiet sprechen? Aber mit dem allergrößten Vergnügen. Leisender Herr Paius, gnädige Herren Pyreine und die anderen zehn Götter. Segnet dieses Essen, das ihr uns gnädigerweise beschert habt, auf das es uns auch einen weiteren Tag in eurem Lichte erhalte. Es sei. Es sei. Es sei. Ich spreche mein eigenes, leises Gebet. Und kippt sich nebenher mit einem flachen Mann erst mal was in den Wein rein. Nein, so extrem will ich nicht. Einen guten Wein muss man so genießen. Man darf den doch nicht mit irgendwelchen anderen Substanzen verschandeln. Also wirklich. Ich wollte euch auch noch eine Schnattermora sauren Essig mitbringen, aber nicht mehr. Daran hättet ihr eure Freude gehabt. Ich bin mir sicher. Vielleicht irgendwann einmal. Für dieses Gesächt brauchte man viel und für Selbstbeherrschung. Wir haben es den Knappen immer zu trinken gegeben am Tag vor ihrer Schwertleite. Meine Großmutter hat damit immer ihr Silber poliert. Konnte sie aber nach einigen Jahren nicht mehr viel vom Silber gehabt haben. Das stimmt. Das war keine gute Idee. Dass man so etwas überweinen darf. Jetzt werde ich tatsächlich neugierig. Ragnar hat einmal von den Torwallern erzählt. Die haben wohl auch noch eine von ihren Inseln, auf der Wein wachsen soll. Wie hieß die? Ach, ich komme nicht mehr drauf. Torwaller. Torwaller und Wein. Erzählt mir bitte mehr. Fürchte mehr kann ich euch nicht erzählen. Da müsst ihr den kleinen Ganoven selbst auftreiben. Ich verzichte dankend. Es ist so, als würde ich eine Reihe geweihten, um einen Keuschertsgriff zu bitten. Torwaller, das wäre wirklich abwegig. Es macht dem guten Karin nur hier nicht noch Angst. Gleich springt er uns aus dem Bude. Wobei es durchaus einige gibt, die sich anderen Liebschaften hingeben, anderen Freuden. Ich kannte zum Beispiel einen wunderbaren Geweihten, der sich überhaupt nicht für so etwas interessiert hat. Nein, tatsächlich hat er den ganzen Tag getöpfert. Und nun, das eine oder andere Mal musste ich ihm dabei helfen. Beim Töpfern. Ja, er war ein gewaltiger Mann, über zwei Schritt groß, sehr beleibt, mit langem Bart und er hat einfach davon geschwärmt, kleine, wundervolle Tassen herzustellen. Wahrlich ein kurioser Mann. Hm, wir alle tun das, so wie wir den Götter uns bestimmt haben. Die Wege der Raya sind unergründlich, sagt man. Schönheit kann man überall finden, wenn man richtig sucht. Vor allem unsere werten Maraskane haben wir da ein wenig die Augen geöffnet. Wie sie die Welt sehen, das ist anders, aber nicht schlecht. Wie machen die sich so? Spuren die? Sie sind gute Baumeister und die Reißfelder sind groß. Sie sind fleißig und sie schaffen es überall, das Positive darin zu sehen. Und die Schönheit darin. Ich habe es sogar geschafft, mich ein wenig besser mit den einheimischen Freiheitskämpfern zu verstehen. Was macht der Feind auf der Ende? Habt ihr etwas Neues gehört von den Templern? Nein, uns haben sie sich nicht genährt. Und nun ja, sie haben sich ferngehalten. Ich musste nur die Freiheitskämpfe mit ein wenig Nahrung versorgen und sie waren sehr begierig darauf, uns sicher zu halten. Und ich denke, das ist ein guter Tausch für beide Seiten. Ja, das auf jeden Fall. Doch wie gesagt, was Tuzak hat sich nicht viel gerührt in letzter Zeit. Und was auf der anderen Seite der Insel vorgeht, habe ich nichts von gehört. Scheinbar hat aber Oron wieder ein wenig die Blockade aufrecht gebaut. Und sie sind wütend. Gibt es Neuigkeiten von Polygon? Ha! Hätte ich von ihm was gehört, hätte ich ihm schon längst die Kehle rausgeschnitten. Na, das werdet ihr aber nicht tun, ohne dass wir dabei sind. Mit dem haben wir, glaube ich, auch da noch ein Hühnchen zu rupfen. Na, eines Tages werden wir ihn kriegen. Nun, so die Götter wollen. Eines Tages kriegen wir sie alle. Würde die mir gefallen tun und die Gabel wird ihn zu schlägen? Äh, welche? Die in eurem Beutel verschwunden ist. Frau Prutz ist da sehr eigen mit ihrem Gedeck. Braucht ihr nach mir Gabeln? Die Gabel? Er guckt, die ist mir wirklich hier runtergefallen. Ich habe die nicht eingestellt. Ich habe kein Interesse an euren Gabeln. Gut, gut zu wissen. Und irgendwann blickt sich, wirkt sich, hüllt die Gabel auf. Ich habe keine Gabel eingestellt. Stimmt. Ihr merkt auf jeden Fall, dass Rafim über den halben Tisch greift, wenn er irgendwas möchte. Ah, das sieht gut aus. Das esse ich auch, ja. Und Rafim lädt seinen Teller schwer. Na, das musst du mal probieren. Das schmeckt auch ganz gut. Eine gute Idee, Herr Carino. Eine gute Idee. Was hat die gesagt? Ich konnte der Unterhaltung nicht folgen. Hier und eigentlich über Polygon. Ihr kennt doch die Familie Polygon, nicht wahr? Ja, aber was habt ihr mit denen zu tun? Ich schaue Jalan an. Ihr kennt doch sicherlich die Geschichte über den verlorenen Sohn, der Familie Polygon. Vermutlich besser sogar als ich, denn ich weiß nur, was Geras mir erzählt hat. Ist er nicht schon seit Ewigkeiten weg? Ja, weg bedeutet in diesem Fall, dass er seine Seele an die unbarmherzige Ersäuferin verkauft hat und die Dämonen-Neiche Plagenbringer befehligt. Nein, wirklich? Das habe ich gehört, aber da habe ich gedacht, Seemannsgarn. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Wir haben die Klingensäule gekreuzt. Und am Ende ist er doch mit dem Splitter der Dämonenkrone davongekommen, weil wir verraten wurden. Weggelaufen. Ein Polygon? Das hätte ich ja nicht gedacht. Naja. Aber sagt, gibt es Neuigkeiten aus der Heimat? Irgendetwas vorgefallen? Was tun die Granden? Dasselbe wie immer? Ja, Karino. Das ist das erste Mal, dass ich einen Granden aus dieser Nähe sehe. Ihr Verhalten ist wie uns einfachen Leuten wie immer unergründlich. Außerdem war ich fast das gesamte letzte Jahr mit Abel mir im Dschungel. Kaum wieder in der Baracke, da ging es auch schon wieder in Richtung Norden. Ihr seid vermutlich sogar besser informiert als ich. Vielleicht doch. Nun, ich habe gelernt auf Gerüchte zu hören und manchmal liegt in Gerüchten ein wenig Wahrheit. Für Gerüchte haben wir keine Zeit. Doch ein Jahr im Dschungel. Ein Jahr im Dschungel. Eine fürchterliche Gegend. Nur Enteckten und Moskitos. Ach, bei weitem nicht so gefährlich wie der dunkle Maraskhan. Das stimmt, aber... Nun, wenn man sich mit den Einheimischen versteht, kann es teilweise sogar sehr angenehm sein. Angenehm? Auf dem Maraskhan? Nein. Äh, im Meridiana. Ach so. Ich versichere euch, wir haben uns prächtig verstanden mit dem Einheimischen. Sie wollten uns töten. Die Ratten. Ich kann mich noch erinnern, da gab es damals diese wunderschöne Anuiha. Ja, also die meisten Einheimischen im Dschungel, die kann man nicht gebrauchen. Alles sind laufende Sklaven. So wieder brauchst du dich. Ja. Aber sie lassen sich gut spalten, das kann man ihnen nicht absprechen. Nun, jeder hat es verdient, dass ihnen das Wort der Götter nahe gebracht wird. Auf welche Weise auch immer. Notfalls mit Gewalt. Ich habe mich immer ganz gut mit denen unterhalten. Und vor allem mit den Tokamuliak konnte man sehr gut Handel treiben. Sie hat immer die meisten Informationen auf mehr. Ihr dürft gerne einmal auf Sinnenschärfe würfeln Gehör. Falls das für euch wichtig ist. Habt natürlich gerade eure Konzentration eher auf dem Gespräch und dem guten Essen. Werdet da so ein bisschen abgelenkt. Aber vor allem Abelmir und Ömer bekommen es mit. Die anderen dann ein bisschen verspätet. Irgendwas draußen geschreit. Zu dieser Tageszeit gibt es immer. Aber das war ein bisschen näher. Ihr seid eigentlich in so einer ein bisschen abgelegenen Gasse. Nicht an der Hauptstadt, an der Hauptstraße gelegen. Das war schon ein bisschen lauter. Nicht unbedingt ein Hilferuf, aber... Kampf ist leer. Geht denn da vor sich. Ich werde nicht im Boom abgehalten, Abelmir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich geh jetzt zum Fenster und reiße das Fenster auf. Das klingt wie bei so einer Kaserne, wo es so Kling 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 macht. Wo die Leute üben. Abelmir macht das Fenster auf und du kannst erkennen, wie da wohl in einer der Gasse... ...wird vier Bandstrahler stehen mit dem Rücken zu dir und bedrängen da wohl gerade einen anderen Magier. Hey da, was ist los? Halt die Schnauze, Burger. Mach das Fenster wieder zu. Was seht ihr denn, Abelmir? Wir werden dir mal das Fluch rausprügeln, du Wickelkopf. Dort wurde ein Magier drangsaliert. Jalan, kümmert euch darum. Bin auf dem Weg. Ich schreite schnell zu Tür hinaus, greife mir dann raus, gehe in mein Schwert, das da an einem Haken hängt. Wenn ich mir das umhabe, vermute ich noch nicht mal die Schnelle hinzugehen, bin schon auf der Straße. Kommt jemand mit, oder? Ich will immer rennen dir hinterher, hat von deinem Rucksack seinen Rücken, hat von deinem Rucksack seinen Bogen mitgenommen, der noch nicht gespannt ist, und flitzt dir hinterher. Ja, man folgt auch. Ach, Preja. Noch eine Stunde wieder jahrlang getroffen und schon geht es los. Ja, ihr rennt da mal schnell aus der Tür heraus, direkt in die nächste Gasse hinein, da wo Abelmir eben das Fenster geöffnet hat. Und könnt dann eben vor euch erkennen, ein, ja, mit dem Rücken zur Wand, ein Magier, ein Tulamide, auf alle Fälle zu erkennen, an dem, ja, an der Kleidung, die er trägt, ein Turban auf dem Kopf und weite, ausladende Gewänder mit tulamidischen Symbolen, einige Runen, Glyphe, die darauf schimmern und die, ja, die Bandstrahler, die jetzt mit einigen Knüppeln auf ihn zugehen. Und, ähm, während ihr das Ganze noch einmal betrachtet, äh, wird der erste Knüppel tief in den Bauch dieses Magiers gehämmert, ohne dass er irgendetwas, äh, getan hat. Zumindest, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt anwesend seid, nicht? Er hat einen Siegel? Er hat einen Siegel. Kann man das identifizieren? Wie man Magiekunde? Mhm. Ähm, soll wohl mit deiner, äh, Magiekunde so gelingen, äh, der Mann kommt wohl, ja, ist irgendeine, äh, 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 Du warst selber nicht da, in der Akademie der Elemente? Zumindest das, was, hm, gut. Ist das Rastuhl? Gabst du mir das irgendwelche Gerüchte? Irgendwas mit Dämonen, irgendwas mit Elementaren, äh, ist ein bisschen komplizierter, ne? Warst, wie gesagt, nie selber ein Rastuhl? Weißt du nicht? Ich adde einfach mal auf die zu, ich zieh mein Schwert noch nicht. Hey da, Brüder! Was geht hier vor sich? Oh, der Fenrich. Greifen, Mond, sehr gut, mach mit. Im Namen Halios, weich zurück! Hau wir mir, bitte. Erklärt doch erstmal, was? Im Namen Pryos hältst du erstmal deine Schnauze. Erklärt doch erstmal, was hat er sich, was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Er läuft hier rum, ohne dass er Anerlass hat. Das ist natürlich, äh, höchst frevelrisch vor Pryos selbst. Warte, brauche, ich möchte Rechtskunde proben, brauchen weiß, er grau magier Anerlass. Rechtskunde. Ja, ich bin grau magier Anerlass. Ich trete einfach vor, als wenn es total selbstverständlich ist und gerne vorbei auf den Magier zu. Ja, wirst du erstmal aufgreifen. Ich gehe auch zum Magier. Kommt der Panzerhandschuh von einem der Bandstrahler erstmal so... Meine Herren, bitte bleiben Sie ruhig, das alles hier lässt sich aufklären. Fenrich. Du bist erst ganz neu bei uns, na gut, dann erzähl doch mal. Gut, schau mal ran. Nur weil du einen Drach getötet hast, du fängst in der Leiter trotzdem ganz unten an. Ich schau mal kurz auf seinen Rang, was hat er? Hm, das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie ein Feldwebel. Oberfeldwebel. Ich adressiere dann erstmal den Magier. Ihr da, in eurem Namen, eure Gilde, zeigt euer Siegel vor. Ja, er schaut dich so ein bisschen an. Ihr, ihr Söhne der Unverfrorenheit, er kommt mich nach Garret. Und ihr behandelt mich so, den großen Jelef Ibn Yassafah. Ihr, ihr seid Jelef Ibn Yassafah. Schaut dich an. Selbstverständlich. Ich schaue kurz an. Nennt euren Namen. Den Namen haben wir doch schon mal gehört, oder? Bruder Fenrich greift in den Mund. Was sagt mir, meine Rechtskundeprobe, braucht er einen Erlass? Hm, das ist jetzt eine sehr eigene Auslegung. Wenn er nichts getan hat, wenn er nicht gezaubert hat, dann eigentlich nicht. Ich richte mich dann und wende mich an meinen Mannstrahler. Feldwebel, der Mann hier ist Abschwörer. Er bekämpft Dämonen und ist vermutlich auch für diesen Zweck in der Stadt. Nicht wahr? Er trägt nicht seine richtige Robe. Ein Torbahn, das ist sicherlich ein Verstoß gegen die Richtlinien. In der Tat ist das nicht. Und selbst wenn es ein Verstoß wäre, würden wir denen, wie es unsere Pflicht ist, bei der Weißen Gilde anzeigen. Hier, hier, da feiert es nichts. Verstattet das Recht in das eigene Hand zu nehmen. Mhm. Das ist doch ein Torbahn, das kann doch nicht zählen. Selbstverständlich, wenn er nicht zur Weißen Gilde gehört, den anderen Gilden ist es überlassen, wie sie ihre Magier kleiden. Das mag ungewöhnlich sein für eure Augen, aber im Zuge des Konvents hat dieser Magier das absolute Recht, sich hier frei in Gare zu bewegen, solange er keine Gesetze bricht. So wie ich es sehe, bricht er hier keine Gesetze. Seht ihr das anders? Ein Magier hat einen Schlapphut zu tragen und sein Siegel offen. Dieser Magier trägt offensichtlich sein Siegel hier in der Hand, wenn ihr einmal euren Blick hier hinwenden würdet. Ja, aber er hat sie nicht offen herum gezeigt. Und ein Torbahn ist das trotzdem. Habt ihr ihn denn darum gebeten, das Siegel vorzuzeigen? Dachte ich mir? Gibt es sonst noch irgendeine Beanstandung an der Präsenz des geschätzten Herrn Magister hier? Greifen und das werde ich mir merken. Bruder, denke mal daran, was unser Ordensmeister sagt. Wahre Gleichmut. Hütze das Gesetz so sanft wie möglich. Es dient niemandem, weder dem Herrn Pryos, noch unseren Beziehungen zu anderen Völkern, wenn wir rechtschaffene Magier auf offener Straße zusammenschlagen. Nur weil sie von Mardas Frevel gezeichnet sind, heißt das nicht, dass sie ihn auch in ganzem Herzen vor sich her tragen. So wie er hier durch die Straßen stolziert, schämt er sich nicht mal. Ihr kennt den Mann nicht. Na gut. Ich werde jetzt hier nichts bei einem Rayani sagen und einem Pfeil des Lichts, aber greifen und wir sehen uns in der Kaserne. Das hoffe ich doch wohl. Der Hauptmann wird davon erfahren. Salam Aleikum, diese Söhne der Unverfrorenheit. Jetzt trete ich auch hier zu. Herr Depp, bitte beruhigt euch. Geht es euch gut? Tut es irgendwo weh? Ja, ich danke euch. Sie. Gestattet mich fortstellen, abeln wir. Ja, Morena, es tut mir leid für diese Unverfrorenheit, dieser Knäldchen. Wollt ihr vielleicht uns begleiten? Mein Haus ist dort. Euer Haus. Dort könnt ihr euch. Nun, meine Wohnung. Nun, Adeptus. Ja, ich begleite euch. Eine illustre Gesellschaft, die ihr hier verbindet. Ich danke euch. Es wäre, glaube ich, meinem Ruf nicht gut gelitten, wenn ich sie jetzt hier mithilfe von elementarem Erz in ihre Schranken gewiesen hätte. Es wäre ja wohl auch nicht sehr rechtschaffen gewesen, dies zu tun. Nun, die Selbstverteidigung lässt es mich zumindest nach meiner Rechtsauffassung zu, dass ich mich wehren darf, wenn ich unrechtmäßig von euresgleichen angegriffen werde. Das mag sein, doch im Rahmen der Diplomatie ist davon doch sehr abzuraten. Natürlich bin ich sehr bereit, euch später zu einer der Akademien zu geleiten, damit ihr dort sicher nächtigen könnt. Ich kenne mich hier in Gareth noch nicht aus. Ich bin eigentlich ein Mann, der nicht für diese großen Städte geschaffen worden ist. Ich begleite euch erst einmal. Ihr sagtet, euer Haus ist hier? Gleich wie in die Ecke. Setzen wir uns rein. Habt ihr so etwas wie einen Tee? Ah, sicher nicht. Tee, Wein, was immer gewünscht. Setzen wir uns. Ihr seid vor allem Magister Yassafor, ein Mann, der schwer zu finden ist. Ja, ich schrieb euch, glaube ich, vor ein paar Jahren, vor einem, vor zwei Jahren, schrieb ich euch einen Brief, wenn ihr der Greifenmund seid. Ich hörte zumindest auch von Magister Morenes, wenn das der Name ist. Gewiss, gewiss. Eben jener. Ja, 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 ja. Äh, helft mal mit der Gäste doch. Helft mal mit der Gäste doch. Magister, am besten fangen wir von vorne an. Vielleicht sollten wir das in der Wohnung besprechen, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Ja, die offene Sprache Straße ist dafür wirklich nichts geeignet. Wir haben schon viel zu oft das alles ausgeplaudert. Hier setze ich. Also bei Abelmiers. Genau, ich fülle die halt weiter in die Wohnung zurück. Rücke dann einen weiteren Stuhl am Tisch zurecht. Und serviere ihm höchstpersönlich eine Tasse Tee. Gar dank. Tee. Gar dank haben wir schon. Was kommt hier rum? Und Magister, habe ich euch, als wir uns das letzte Mal trafen, von der Dämonenarche erzählt? Mehr als einmal. Genau. Ich habe selber noch Albträume davon bekommen. Magister Yassafah hier, schien wohl ein, sagen wir, gewisses Interesse an der Sache zu haben und bot uns seine Hilfe bei der Entschwörung der Steuerfrauen an. Unglücklicherweise war es uns nicht möglich, den Mann persönlich aufzutreiben. Und so mussten wir uns auf die Gnade der Herren Perane verlassen, die die beiden Steuerfrauen erlöste. Tatsächlich. Tatsächlich ein Entschwörer seid ihr. Dem ist so. Diese Söhne der Unwissenheit haben es vor einiger Zeit geschafft, die Mahaitamim zu entern. Und ich hatte mir Großes davon erwartet, dass ich den wahren Namen dieses Wesens herausfinden kann, um dann nicht nur eines zu exorzieren, sondern samt alle. Nun sind diese Aufzeichnungen leider für mich nicht mehr zugänglich. Ja, ich war einstmals in Rashtul beheimatet, bin nun allerdings mehr ein Kind der Wanderung und befinde mich mal hier, mal da, mal in Kuslik, mal in Punin, mal im Rashtulswald in Draconia. Ich bin natürlich auch immer ein Ansprechpartner für die Basilius-Prüfung und dementsprechend schaue ich mir die Magister an, die demnächst ihre Prüfung ablegen mögen. In diesem Fall ist es mir eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Äh, verzeiht, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Magister Lumina von Spogelsen. Ein Pfeil des Lichts. So, so. Ähm, ja, ich habe einen Termin im Vorfeld schon mit Rakala von Horsen-Rabenmund, die mich geladen hat. Und, äh, sie ist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin, mit dem, äh, wertend sind Zwerge, äh, lehne ich es eher ab. Äh, er ist ein sehr aufbrausender, kleiner Zwerg. Und... Dieser Rund schmunzelt. Äh, nun ja, äh, Oswin Puschinski und Tommy Caterian sollen wohl, glaube ich, auch demnächst eintreffen. Und...